Also das Problem in Norderstedt und wahrscheinlich auch bundesweit liegt darin, dass wir dieses Thema Digitalisierung in den letzten Jahrzehnten, kann man ja fast schon sagen, völlig vernachlässigt haben. Die Schulen sind schlecht ausgestattet, die Schülerinnen und Schüler haben nicht die Möglichkeit, mit digitalen Medien ausreichend zu arbeiten und da muss dringend nachgebessert werden. Wir haben schon einen Vorschlag im vorletzten Schulausschuss eingebracht, dass wir mehr iPads beschaffen wollen, dass da muss mehr investiert werden. Wir wollen alle Schülerinnen und Schüler von allen Klassen, ich sag mal bis auf die Grundschulen, da muss man natürlich Einschränkungen machen, ich sag mal wahrscheinlich ab Klasse 3 macht das dann Sinn, aber wir wollen alle ausstatten und auch da die Familien unterstützen, weil das sind ja auch enorme Kosten, die auf die Eltern dann dazukommen und nicht nur einen Teilbereich ausstatten. Wir hatten gestern einen Schulausschuss, da wurde beschlossen, dass nochmal 300.000 in den Nachtragshaushalt eingestellt werden, das war uns zu wenig, aber wir haben gesagt, gut, wir nehmen jetzt erstmal diese 300.000 besser als gar nichts, aber es reicht natürlich nicht. Es müssen alle ausgestattet werden, es müssen alle Familien, egal welches Einkommen sie haben, die Möglichkeit haben, dass sie an diesem Bildungsbereich teilnehmen können. Unsere Kinder brauchen das nachher auch fürs Berufsleben, das ist eine ganz wichtige Sache und wir müssen das Geld jetzt in die Hand nehmen und es kann auch nicht sein, dass argumentiert wird, wir müssen jetzt Administratoren schaffen, wir müssen die Geräte komplett immer warten. Ich denke mal, unsere Kinder sind in der Lage, wenn wir denen ein Gerät zur Verfügung stellen, sich da auch selber reinzufuchsen. Das sollen natürlich nicht nur die Lehrkräfte machen, die müssen wir entlasten, das ist völlig richtig, aber wir müssen jetzt mal anfangen, die Geräte zur Verfügung zu stellen und da müssen wir deutlich mehr investieren. Das, was die letzten Jahre versäumt wurde, das fällt uns jetzt auf die Füße und das müssen wir jetzt massiv aufholen, damit wir wirklich eine Bildungsgerechtigkeit schaffen können und alle daran partizipieren können und dass unsere Schülerinnen und Schüler gut ausgestattet sind. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.